Im Buchladen Balte in der Wiener Gasse fand die Präsentation der neuen Medienplattform Berchtolzdorf statt. Hausherrin Christine von Lützow, selbst Obmann-Stellvertreterin des neuen Vereins und Obmann Gustav Mantl konnten Bürgermeister Martin Schuster zahlreiche Gemeindepolitiker sowie interessierte Berchtolzdorferinnen und Berchtolzdorfer begrüßen. Ziel der Medienplattform ist die Förderung von Kommunikation und Medienarbeit in der Region. Ich muss sagen, es ist eine sehr tolle Initiative, die hier gestartet worden ist, um ein ganz anderes Thema auf der lokalen Ebene zu beleuchten, nämlich unsere lokale Medienkultur. Wie werden Informationen geriert, wie werden sie aufgenommen, was kann man tun als Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft, das vielleicht zu verbessern, zu fördern. Als erster Schritt wurde eine Mediencharter verfasst, in der ethische Grundsätze für Medienschaffende niedergeschrieben sind. Symbolisch wurde diese Charter von Bürgermeister Martin Schuster und den anwesenden Berchtolzdorferinnen und Berchtolzdorfer unterzeichnet. Die Mediencharta, die heute vorgelegt worden ist, das sind so Eckpfeiler auch eines guten Zusammenlebens und ich möchte mich bedanken, dass so viele wirklich viel Zeit auch aufgewendet haben bis jetzt. Und es ist ein spannendes Projekt, das ich sehr gerne auch sehr intensiv weiterverfolgen werde. Auch Arbeitskreise wurden auf der Plattform bereits gegründet. Ich betreue den Arbeitskreis Förderungen und Generationen. Das bedeutet Förderungen in der Förderungslandschaft, die das Land Niederösterreich zum Beispiel anbietet. Da werden Förderungen lukriert vom Land, von der Stadt und das werde ich aufbauen. Da möchte ich auch einladen, dass Leute, die das Wort Förderung vielleicht auch anders verstehen, mit ihrer Interpretation zum Wort Förderung beitragen. Und Generationen, es sollen alle angesprochen werden, nämlich alle heißt ganz kleine Kinder bis größere Kinder, aber auch Leute, die vielleicht nicht mehr so mobil sein, aber die sich dafür interessieren, im Bereich mitarbeiten zu wollen. Unsere erste Aktion der Medienplattform Perchtelsdorf wird sein, dass wir die Aktion Gefällt mir, Gefällt mir nicht machen. Ein Begriff, der jeden begeistert, der das Facebook besucht. Wir fordern alle Bürgerinnen und Bürger auf, ein Foto Gefällt mir zu posten, aber auch gleichzeitig ein Foto Gefällt mir nicht in Perchtelsdorf. Und dazu soll immer ein Text von maximal 146 Zeichen, ist gleich die SMS-Länge geschrieben werden. Die Adresse ist facebook.com slash groups slash Medienplattform. Ziel der Aktion ist ein bewusstes Handhaben der Medien, der eigenen Medien, sprich Smartphone.